Hallo und herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Tele-Stammtisch. Die erste Besprechung dieser Ausgabe widmet sich der auf Sky erscheinenden Original-Series Gangs of London. Da sah im Trailer das irgendwie ganz schön beeindruckend aus und ich bin doch gespannt, was Mo und Tilo zu der Serie zu sagen haben, die sich die komplette erste Staffel für euch gegeben haben. Im Anschluss gibt es ein Triple zum Film in 30. Hier habt ihr Anna, Schlogger, also unsere Yoshi und den Peter vor dem Mikro. Die haben sich 30 vorgenommen. Ich weiß nicht genau, worum es geht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es was mit dem Alter 30 Jahren zu tun hat. Sieht recht urban aus und lief scheinbar auch irgendwann irgendwo bei der Berlinale. Nichts genaues weiß ich nicht. Da müsst ihr also schon genau zuhören, was meine drei RedakteurInnen dazu zu sagen haben. Und es geht weiter und quasi auch zu guter Letzt mit der Besprechung des Films Sea of Shadows. Sea of Shadows ist ein Dokumentarfilm, den durften wir vorab als Pressescreener sichten. Und das haben Mo, Sam und Sven für euch getan. Das sah recht interessant aus. Ich glaube, es geht um diese Wale, die ihr auch im Plakat seht. So kleine Nahwale. Ich weiß nicht genau, wie man das eigentlich nennt. Also ich bin ja jetzt nicht so der Tierkenner. Aber ich glaube, der Film ist recht beeindruckend geworden. Lauscht den drei Jungs und hört gut dabei zu, was sie von dem Film halten. Ich würde mich tierisch freuen, wenn ihr uns noch Feedback hinterlassen wollt. Ihr redet auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube Upload könnte man das zum Beispiel ganz gut tun. Ja und ihr könntet unter anderem natürlich auch noch den ein oder anderen Stern oder Bewertungspunkt dalassen, wenn ihr uns bewerten wollt. Auf Facebook, Facebook, Google.de, Podcast.de und bei vielen weiteren Plattformen kann man Podcasts bewerten. Zum Beispiel eben auch mal bei einer Social Media Plattform eures Vertrauens, wo ihr dann einfach mal was teilen könnt, ein Like dalassen könnt. All das sind Dinge, die helfen uns insofern, dass sie uns so ein bisschen sagen, okay hier, es gibt echt Menschen, die hören den Spaß. Die haben Bock auf das oder die haben vielleicht auch eine andere Meinung. All das würde uns sehr interessieren. Nun also viel Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und herzlich willkommen, liebe Film- und Fernsehfreunde und liebe Tele-Stammtisch-Zuhörer. Hier ist Thilo, der alte Schwede aus München und ich möchte heute mit euch über eine neue TV-Serie sprechen, die bald bei Sky anläuft. Und zwar genauer gesagt am 23. Juli auf Sky Atlantic, eine neue Gangster-Serie aus Großbritannien, die da sich nennt Gangs of London. Und ich mache das nicht alleine, sondern ich mache das mit dem lieben Mo. Hallo Mo. Grüß dich. Ahoi, hier ist der Mo. Servus. Mo und ich, wir hatten das große Glück, wir durften eine quasi Presse-Vorscreener uns anschauen über das Web. Das war dann ja im Original noch in der Originalsprache auf Englisch, teilweise auch auf anderen Sprachen. Da kommen wir später noch dazu, warum das so ist. Die Synchro ist anscheinend noch nicht fertig, also ob die gelungen ist, können wir leider noch nicht sagen. Wir haben das Ganze, wie gesagt, im Original gucken müssen und teilweise auch ohne Untertitel dann, wenn Englisch gesprochen wird, was manchmal auch ein bisschen schwierig war bei diesem Gangster-Englisch aus England. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Mo. Konntest du das gut verstehen? Ja, ich habe da glücklicherweise überhaupt keine Probleme mit. Ich gucke die englischen, britischen Serien gerne im Original und mit den Jahren habe ich mir diesen ganzen Slang da angewöhnt und auch die unterschiedlichen Akzente, die einzelne Stadtteile ja schon mit sich bringen. Ja, genau. Also ich finde das auch sehr schön, aber teilweise tue ich mir schon ein bisschen schwieriger, wenn man mit dem American-Englisch so ein bisschen mehr zu tun hatte, immer rein vom Originalton schauen her. Aber es ging so einigermaßen und ich wirkte das sehr authentisch, aber es wird ja auch sehr viel in anderen Sprachen gesprochen. Da geht es ja eben um die Gangs of London, die kommen nämlich aus verschiedenen ethnischen Hintergründen. Da gibt es die Albaner und die Armenier und die Hilfe, wir wären es noch dabei. Bei Palästinenser, Pakistani, genau, Kurden und naja, auf jeden Fall bunt gemischter Haufen und ja, die sich da in London quasi um die Vorherrschaft so ein bisschen balken. Aber Mo, gib du uns doch mal einen kurzen Abriss, worum geht es denn in dieser Serie insgesamt? Ja, kurz zusammengefasst, Finn Wallace ist der Oberboss von London und der wird umgebracht und das sorgt natürlich für Unruhe, Bandenkriege und Territoriumskämpfe, zwischen den reversilierenden Clans und die Serie verfolgt so ein bisschen das, wer hat es getan und warum. Es anzumerken ist vielleicht noch, das lief, die ganze Serie lief in Großbritannien schon, die lief sehr erfolgreich und sie wird auf jeden Fall eine zweite Staffel bekommen. Genau, so sieht es aus, die zweite Staffel ist schon bestellt und Finn Wallace, das ist dann so der quasi irische Teil der Gangsterfamilien, also das sagt schon der Name so ein bisschen, auch gespielt von Colmini, der bekannt wurde durch seine Rolle bei Raumschiff Enterprise als Chief O'Brien und der seitdem eigentlich fast hauptsächlich immer nur irische Gangster spielt in irgendwelchen Serien oder Filmen und das natürlich wie immer gekonnt, würde ich mal sagen. Und sein Sohn, der Jean, der will seinen Vater natürlich rächen und will rausfinden, wer ihn umgebracht hat und stellt damit die ganze Unterwelt in London auf den Kopf und dann geht es drunter und drüber. Ich glaube, so kann man das eigentlich zusammenfassen. Ja, so sehe ich das auch, genau. Wunderbar. Gut, Mo, dann sag mir doch einfach mal ganz kurz und knackig, wie fandest du die erste Staffel? Kurz und knackig, für mich ist das eine Soap-Opera mit kaskadierender Gewalt, die in Exzesse sich ja quasi ausblutet, also explodiert. Oftmals ist die Gewalt hier so ein Mittel zum Zweck und ohne die Gewalt als zusammenhängendes Fundament bleibt am Ende für mich nicht besonders viel übrig, muss ich sagen. Okay, dazu muss man sagen, die Serie ist erschaffen von Gareth Evans, der auch bei zwei Folgen Regie geführt hat, Gareth Evans, wenn es euch nichts sagt, der hat unter anderem The Raid zu verantworten, also diesen Martial Arts Action-Kracher aus Indonesien und das sieht man dann teilweise auch in den Folgen, die er dann produziert hat. Da geht es nämlich teilweise ziemlich zur Sache. Ich schätze mal ganz sicher, dass diese Serie, also bestimmt manche Episoden, ein FSK-18-Siegel bekommen würden, weil da sieht man tatsächlich explodierende Köpfe, explodierende Körper und so weiter. Also auch die Gorehounds werden auf ihre Kosten kommen. Aber ob die Serie nun wirklich es wert ist, sie zu sehen, beziehungsweise ob sie wirklich dann diesen Ansprüchen gerecht wird, das wollen wir jetzt noch ein bisschen beleuchten, denn wir beide haben ja vorher schon ein bisschen geredet, es hat uns so ein bisschen, ich würde mal sagen, so im Zwiespalt gelassen, oder? Wie siehst du das? Ja, ganz am Ende stand ich da wirklich, oder es hat gar nicht so lange gedauert, also in Folge 3 habe ich mir aufgeschrieben, eigentlich sehe ich hier eine Soap-Opera. Es gibt ein paar Highlights auf jeden Fall, es gibt im Ganzen sind es neun Folgen, eine ist 90 Minuten, die anderen bewegen sich um die 60 Minuten. Es gibt Folgen, die unterscheiden sich maßgeblich von allen anderen. Also es gibt eine Hausbelagerungsfolge, die finde ich sensationell, die finde ich wirklich gut von vorne bis hin. Die ist super spannend und die ist auf den Punkt und da die Action, die kommt richtig gut rüber. Und dann gibt es andere Folgen, in denen, wenn du da wirklich die Gewalt rausnimmst, dann bleibt nicht viel übrig, also nichts, was du dir sonst angucken würdest. Ich finde zum Großteil auch ein paar der Charaktere super platt. Ja. Und für richtig lange und spannend dranbleiben, fehlt mir einfach am Ende was. Ja, also ich war bei den ersten Folgen, teilweise allein durch die Schauwerte, war ich streng beeindruckt, weil allein bei der ersten Folge am Ende gibt es ja eine Action-Sequenz oder eigentlich ein Massaker, muss man sagen. Viel zurückgeschossen wird ja nicht. Aber wo ich mir gedacht habe, so what the fuck, sowas im Fernsehen, das ist ja schon kinoreif eigentlich. Also da ging es richtig zur Sache. Gareth Evans hat da wieder aus den Vollen geschöpft und man bleibt schon ein bisschen mit offenem Mund da. Aber die Serie kann das Ganze nicht halten. Es gab dann auch noch zwei andere Regisseure. Corinne Hardy hat vier Episoden gemacht, den kennt man. Der hat ein paar von diesen Conjuring-Filmen gemacht. Und Xavier Jones, den Franzosen, den kennt man vielleicht von Frontiers, diesen berühmt-berüchtigten Film oder The Divide. Aber man merkt auch irgendwie, dass die so alle ihr eigenes Süppchen kochen und alles nicht so an einem Strang gezogen wird, weil jede Folge dann irgendwie auch so eine ganz andere Handschrift hat und es nicht so ganz gradlenig durchgeht. So ging es mir jedenfalls. Was meinst du? Ja, ich sehe das ähnlich, genau. Also mein Hauptproblem war tatsächlich, dass ich alle Charaktere überspitzt finde. Und zwar sowohl positiv wie negativ. Also wenn einer brutal ist, dann zerhackt er gleich Leute und zermatscht sie in seinen Kämpfen. Einer richtig gut kämpfen kann, dann kann der das besser als alle anderen, auch wenn man ihm das nicht ansieht. Und das London, das wir hier sehen, ist ja fiktiv. Also so ein Gangster-London gibt es nicht. Und deswegen denkt man halt, und jeder Regisseur für sich dachte wahrscheinlich, ich komme hier mit allem durch. Ich kann hier machen, was ich will. Die Schlägerei im Pub, die führt zu zermatschten Menschen. Und wenn dann ein Zeuge irgendwie verschwinden muss, dann wird der natürlich von dem Schlachter in Unterwäsche zermatscht. Das ist so doll und das ist so auf die Spitze, dass du damit wahrscheinlich die Standard-Serien-Gucker verstörst und die Action-Freaks wahrscheinlich gerade so bei der Stange hältst, denke ich mal. Ja, das ist auch was, eigentlich wollte ich so einen kleinen Disclaimer vorher bringen. Denn wenn man den Titel Gangs of London hörst, dann erwartest du dir eigentlich so eine klassische Gangster-Serie, wie man es ja irgendwie auch aus Großbritannien kennt, teilweise so Peaky Blinders und so weiter. Das ist es nicht. Also allein wenn dann diese Pub-Szene, die du gerade angesprochen hast, kommt, also es gibt so eine Kneipenschlägerei, die dann so Martial-Arts-mäßig eben wie bei The Raid gemacht ist, dann denkst du dir plötzlich, ist das jetzt ein Jackie-Chan-Film oder was ist das eigentlich? Und das hat irgendwie nicht so reingepasst. Also es wurde dann plötzlich eine ganz andere Serie, als ich erwartet hatte. Wenn man so eine klassische Gangster-Serie erwartet, das ist es nicht. Also die spielt so ein bisschen ins Martial-Arts-Genre rein und ein bisschen eben ins Action-Genre und Soap-Genre, wenn man so will. Aber es ist so ein bisschen so ein Mischmasch und keine klassische Gangster-Serie. Und deswegen ist es ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, wenn man sowas jetzt erwartet. Das ist tatsächlich so, wenn du wirklich, wenn man jetzt zurückblickt und ich habe mir eine Folge auch zweimal angeguckt tatsächlich und wenn du die Action einfach wegspulst und du hörst dir die Dialoge an, vor allem, was einer der Hauptcharaktere der Cop sagt, das ist so platt und so tump. Und auch sein Vorgehen ist so platt und so tump, dass ich mich wirklich frage, trauen wir dem Publikum nicht mehr zu, sodass jemand, der die Action mag, dann die großen Dialoge nicht versteht. Und ich erwarte hier nicht, dass wir auf Inception-Niveau verschachtelte, komplexe Gebilde aufbauen. Aber ich erwarte schon, weißt du, dass die Leute nicht so oberplatt sind, dass du, das ist hier eine Abziehfigur von einer Abziehfigur. Ja, das muss ich leider auch sagen. Die Darsteller sind zwar durch die Bank gut, also da ist zum Beispiel die Witwe von diesem ermordeten Finn Wallace, die wird gespielt von, Moment, Michelle Farrelly, die Caitlyn Stark in Game of Thrones gespielt hat. Und sie spielt im Grunde so ein bisschen fast genau dieselbe Rolle, weil ja auch der Ned Stark umgebracht wird bei Game of Thrones und sie dann so ein bisschen das zusammenhalten will und es klappt nicht so ganz. Sind tolle Darsteller, aber die, ja, die Drehbuchzeichnung ist so ein bisschen platt. Auch der Sohn, der dann eben seinen Vater rechnen will, das ist so alles so ein bisschen Abziehbild-mäßig. Und dieser Cop, der da eigentlich der Hauptdarsteller sein soll, der ist auch so ein Abziehbild. Man erfährt über den eigentlich gar nicht so hintergrundmäßig. Ja, oh, der hatte mal irgendwie Frau und Kind, die sind irgendwann gestorben und deswegen ist er irgendwie gebrochen. Aber irgendwie kommt da nicht viel mehr. Deswegen hoffe ich mal, dass sie das in der zweiten Staffel hinkriegen, da mal ein bisschen Tiefe reinzubringen. Aber wenn man jetzt so tolle Charakterzeichnungen erwartet, dann wird man, glaube ich, enttäuscht. Wenn man jetzt krachige Action sehen will, dann ist es teilweise jedenfalls genau das Richtige. Also, ich glaube, die fünfte Folge ist es, die dann einen völlig anderen Weg einschlägt und dann einen Handlungsstrang verfolgt, den man schon längst vergessen geglaubt hat. Und die ganze Folge dreht sich eigentlich nur darum und man denkt sich so, what the fuck? Und am Schluss endet das in einem Bleigewitter, das man teilweise im Fernsehen so auch noch nie gesehen hat, wo man da wirklich mit offenem Mund dasteht und denkt so, wow, das war echt krass geil. Und das ist aber auch dann leider das Highlight der Serie. Die nächsten vier Folgen, die haben mich dann leider wieder so ein bisschen runtergezogen. Dann wurde das alles so ein bisschen schwülstig und auch actionarm und auch unglaubwürdig. Und ja, das hat leider das Ganze so ein bisschen runtergezogen. Das ist so. Die Folge 5, die kann ich auch wirklich, die habe ich auch zweimal gesehen, die ist wirklich, wirklich gut. Ja, die lohnt sich. Mit einer Folge in einer neunteiligen Serie, wenn wir da ein Highlight haben, dann ist das am Ende wirklich zu wenig. Da bleibt nicht viel übrig. Die Mischung aus Gewalt und Gangster-Story ist trotzdem interessanterweise bei Sky Atlantic das Erfolgreichste, was sie seit langem haben. Deswegen ist die zweite Staffel auch nur konsequent. Und du sagtest gerade, du hoffst dir, dass die Charaktere dann ein bisschen ausgebaut werden und man vielleicht ein bisschen mehr dann von denen kennenlernt. Mein Problem ist halt, ich habe überhaupt keine Nähe zu den Charakteren aufgebaut. Für mich ist die Cop-Geschichte platt und schlecht gespielt. Der Gangster-Boss ins Spee, also der Sohn, der jetzt in die Fußstapfen da treten muss, das ist ein absoluter Weichling im Anzug. Dem nehme ich gar nichts ab. Gespielt von Joe Cole, den kennt man vielleicht von Black Mirror aus einer Episode. Also spielt so diesen typischen irischen, rothaarigen Typen, der der Welt beweisen will, dass er so knochenhart ist. Ganz genau. Ich zeige es jetzt allen, die halten mich alle für den weichen Keks, was ich auch bin, aber ich zeige es denen trotzdem. Ich halte die Knarre möglichst oft in die Kamera. Ich persönlich habe da wenig Interesse, die Story weiter zu verfolgen. Und trotz einiger guter Szenen und einer Handvoll guter Schauspieler, die gehen einfach in diesem ganzen Konglomanmerat an Plattheit unter, werde ich mir die zweite Staffel auf jeden Fall nicht geben. Ah, okay, interessant. Also ich fand es den schönsten Satz, den ich gelesen habe, weil es tatsächlich irgendwie auf Armenisch war und damit Untertitel war, this boy will set cities on fire to prove that he's a man. Das fand ich einen schönen Satz, den sie da mal reingebracht haben. Genau. Also das ist, wie gesagt, der hat jetzt den Vater beerbt und dann das mit harter Hand das Imperium weiterleiten will, aber ein Grund, der viel zu impulsiv ist und nicht auf der Kappe hat. Und ja, man fiebert auch nicht wirklich mit irgendwelchen Leuten mit. Die Einzige, die vielleicht ein bisschen interessanter war, war diese Kurdin, finde ich, die dann auch so ein bisschen so einen Backflash kriegt, der auch ziemlich hart ist. So in Kurdistan, wo die da, glaube ich, der türkischen Armee da sich anlegen. Das fand ich interessant. Aber sonst sind einem die Leute da irgendwie ein bisschen egal, was eigentlich schade ist, weil im Grunde war ja alles dabei gewesen, um das ordentlich aufzubauen, aber die Drehbücher waren einfach da so ein bisschen zu schwach, finde ich. Ja, genau. Also so eine kompromisslose Kampfsequenz ist immer schön und brutale Action auch immer gerne mal genommen. Aber im Großen und Ganzen hätte ich halt gerne mehr drumherum mit Charakteren, wo ich auch richtig mitfieber. Und wenn sich da einer verletzt oder so, dass ich dann auch mich frage, oh Gott, wird das verstehen? Das ist halt hier überhaupt nicht der Fall. Und wir dürfen hier auch, glaube ich, so viel verraten, dass wir sagen können, es war von Anfang an nicht klar, dass es eine zweite Staffel geben wird. Das heißt, wenn man so will, gibt es eine Auflösung der Hauptfrage, nämlich der, wer hat Finn Wallace getötet, den Oberboss. Wir kommen nochmal zurück zum Anfang. Wegen dem eskaliert das ganze Jahr. Und insofern könnte man auch sagen, die Staffel 1 steht erstmal rund für sich. Und natürlich ist da jede Menge Raum für Staffel 2, weil wir haben hier ja einen riesen Fass aufgemacht mit rivalisierenden Gangs, die alle in sich sicherlich interessante Geschichten bergen können. Ja, richtig. Also wie gesagt, vor allem eben diese Kurdin, da wäre Potenzial da gewesen. und ehrlich gesagt, geht mir genauso, auf eine zweite Staffel hätte ich jetzt auch verzichten können. Ich weiß auch nicht, ob ich mir die dann anschauen werde. Aber allein vielleicht, um zu schauen, ob sie es dann besser machen oder ob wieder mal so was wie die Folge 5 dabei ist, weil die war halt wirklich extrem geil, das muss man leider so sagen. Die kann man eigentlich auch als eigenständige Sache sich anschauen, ohne dass man die Serie kennt. Also das nochmal so als Tipp, weil die eigentlich sonst mit der Resthandlung nicht so wirklich was zu tun hat. Aber die kracht halt gewaltig. Gut. Wie viele Punkte würdest du der Serie geben? Fünf von fünf wäre das Maximum. Ja, die kriegen sie nicht. Also ich habe die ganze Serie geguckt. Ich fand den Einstieg in Folge 1 sehr theatralisch, aber der hat mich auch gleich gecatcht. Da fand ich einfach, das geht gut los. Folge 1 ist auch der Film, der am längsten geht. Der steht mit 90 Minuten da zur Buche. Da gibt es übrigens unterschiedliche Zahlen im Internet, wenn ihr das ein bisschen googeln wollt oder sowas. Es gibt Quellen, die behaupten, die erste Folge läuft deutlich über zwei Stunden. Das ist nicht der Fall. Es gibt also keine Uncut-Version oder sowas, sondern die läuft anderthalb Stunden lang. Und ich habe es durchgestanden, ich habe es mir angesehen. Ich vergebe hier zwei von fünf, denn die Folge 5 reißt es raus. Und ich finde auch wirklich, dass die Nagesh Rashidi, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, spielt eben diese Kurdin. Die finde ich auch sehr interessant. Kleiner Funfact, die ist in Deutschland aufgewachsen, ist in echt Iranerin. Und allein hier schon mal so ein bisschen lokal koloriert von unserer Seite, da drücken wir natürlich die Daumen, dass sie in der zweiten Staffel vielleicht ein bisschen Background noch kriegt. Zwei von fünf, mehr ist nicht drin. Okay, also ich würde dann schon ein bisschen gnädiger sein. 2,5 bis vielleicht 3 geben. Allein eben wegen Folge 5 und weil Potenzial da ist. Aber insgesamt, also als so richtige Weltklasse-Meilenstein-Serie kann man sie leider wirklich nicht bezeichnen, auch wenn die Schauwerte tatsächlich relativ neu sind, was Fernsehen betrifft, weil man in der Fernsehserie sowas teilweise tatsächlich noch nicht in der Form gesehen hat, sondern dann wirklich eher so auf der großen Leinwand. Aber gut, dann würde ich mal sagen, wir wollen noch kurz mal eine kleine Spoiler-Ecke aufmachen und ein bisschen vielleicht von der Handlung erzählen. Also falls ihr die Serie unbedingt noch anschauen wollt und nichts erfahren wollt, was passiert, dann brecht jetzt am besten ab. Aber im Grunde gibt es nicht wirklich irgendwelche Plot-Twists zu erfahren, auf die erwartet ihr da vergebens. Insofern kann man da jetzt nicht so wahnsinnig viel spoilern, aber trotzdem hier gleich ein bisschen Spoiler-Alert. Ja, jetzt aufhören, aufhören, jetzt aufhören und jetzt verspulen zur nächsten Serie. Jetzt das große Geheimnis. Das große Geheimnis, ja, also im Grunde war es ja eine tolle Prämisse, wer hat diesen Finn Wallace umgebracht und wer von den rivalisierenden Gangs war es denn und so. Und das wäre schon spannend gewesen, so ein bisschen das Who Did It rauszufinden. Und dann am Ende kommt dann diese Auflösung, die halt so enttäuschend war, dass ich wirklich gedacht habe, wollen die mich verarschen? Ach, das waren da Investoren. Aha. Na toll. Also in Folge sieben erfahren wir, dass der aus dem Weg geräumt wurde, weil der Dinge tun vorhatte, die den Investoren nicht gepasst hat. Die Investoren, muss man jetzt natürlich schon dazu sagen, der Fairness halber, die haben alle Dreck am Stecken. Wir reden ja hier über Milliardenprojekte und da er einfach aussteigen wollte, haben sie ihn aus dem Weg geräumt. Das ist so platt. Das ist so enttäuschend. Wenn du dir an der Stelle ein Malzbier geholt hast, hast du es verpasst. Langweilig, sag ich nur. Und das Schlimme ist, dass sie dann am Schluss auch dieses Fass aufmachen mit dieser Verschwörungstheorie. Ah, da gibt es dann diese übermächtigen Investoren. Das ist natürlich ganz platt. Ein Mann und eine Frau in der Limousine, die alle Fäden ziehen. Und ich dachte mir, wollt ihr mich verarschen jetzt? Also was soll das denn? Also das war so von den Haaren her beigezogen. Und das hat das Ganze echt ein bisschen platt gemacht am Ende. Also echt traurig. Ich hatte an der einen Stelle und zwar gibt es ja diese Szene, also ganz kurz nochmal, weil wir beim Spoilern sind, was mich wirklich frustriert hat. Der Supercop, weil das ist ja super. Das war ja auch ein Twist, dass er, oh, der ist Undercover-Cop, wer hätte das gedacht? Das weiß man natürlich sofort. Also unglaublich. Und der verliebt sich natürlich in die falsche Frau. Ja, also das fand ich schon. Von einem der Gangster. Genau, das fand ich schon so doof. Jetzt kommt, es gab ja diese eine Stelle, wo eben diese Frau, die Tochter von dem, von einem der Gangster, sich bei einem Angriff im Haus ja auch gewehrt hat. Und auch eine Waffe hatte und auch gezeigt hat, dass sie brutal sein kann. Und das wäre für mich ein Twist gewesen. Weißt du, wenn also tief aus der Familie heraus jemand gesagt hätte, ich habe ein Problem mit Finn, weil der mich vielleicht mal angegrabscht hat oder weil ich halt will, dass mein Vater das übernimmt, weil dann gehört es mir. Da habe ich an der Stelle wirklich gedacht, das kommt jetzt. Und das ist es nicht. Wir erfahren wirklich in Folge 7 so nebenbei an einem Schreibtisch erzählt, was hier der Clou vom Ganzen ist. Und das ist halt eben auch das Problem dieser ganzen Serie. Das Ding hat ja gar kein Clou. Das hätte auch gar nicht nötig getan. Eben. Also der tut immer so, also die Serie tut immer so, als würde er wahnsinnig tolle Twists aufzeigen und dann kommt da so eine Grütze raus. Also auch mit dieser, mit der Tochter eben, in die sich verliebt, der Cop, dass die am Schluss dann auch noch mal, ja da sieht man ja, wie sie da noch mal mit der Schrotfilme da rumwütet und ihr denkt so, was sollte das jetzt? Das war auch so aufgesetzt und so unglaubwürdig. Naja gut. Und das, genau, und das war eigentlich schon das Einzige, was man Spoiler kann, weil alles andere ist tatsächlich hervorsehbar. Also alles andere hast du schon mal gesehen und wird dich nicht überraschen. Ja. Und deswegen bleibt für mich unterm Strich tatsächlich, dass das eine ganz, ganz schlappe Nummer ist und wir haben ja, ich habe mich so gefreut, als ich gelesen habe, Cole Meany macht, mit den mag ich wirklich, wirklich lieben. Ich liebe ihn, seit eben Raumschiff Enterprise. Ja, und auch so ein paar andere, der Joe Cole, der hat ja auch bei Peggy Blinders mitgemacht und diese Mischung. Die Besetzung, die Besetzung ist top notch, da kann man nicht sagen. Und die haben ja im Grunde auch nichts falsch gemacht, weil sie kriegen alle eine zweite Staffel und ich denke mal, dass auch Cole Meany da in so ein paar, ja quasi in Rückblenden wieder rauskommt und sowas, aber alles so häppchenweise und eins der Hauptthemen, die ich tatsächlich hatte, ist, wenn die Brutalität kam, wenn die Gewalt kam, dann war das, also ich habe noch nie sowas gesehen, wie diesen Pappfight. In diesen Pappfights sind mindestens, also mindestens aus dem Bauch, würde ich sagen, fünf Mann elend verreckt. Ja, aber das ist kein Interessant. Und das hat niemanden interessiert. Und das ist so fern von jedem, weil du kannst Brutalität zeigen. Wenn man mal als Vergleich nimmt, sowas guckt wie Hooligans, den Film, in dem Elijah Wood damals auch eine Rolle gespielt hat oder so, die Art von Gewalt, die ist genauso realistisch, weil das nimmst du dir ab, das nimmst du, jeder Schlag tut weh und am Ende siehst du eben die Leute auch ernsthaft verletzt. Hier ist das so exponentiell nach oben gedreht, auch diese Szene mit dem Schlachter. Da liegt einer und verblutet und wartet im Grunde darauf, dass er als nächstes in Stücke gehackt wird. Ja, ja. Okay, aber guter Fight kam danach, das muss man sagen. Der war schön. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber damit kriegst du halt wirklich auch nur die Leute gehalten, die das brauchen. Man hätte sich entscheiden müssen, willst du jetzt das Actionpublikum ansprechen oder die, die Gangster-Serien oder Filme mögen und aber nicht so ein Kuddelmuddel irgendwie. Ja, weil ich glaube, den Standardseher hast du vergrätzt. Ja. Also allein bei der Pub-Szene, da habe ich echt gesagt so, wow, was ist das jetzt? Jetzt geht es in eine ganz andere Richtung und da habe ich gesagt, okay, wenn es jetzt so bleibt, dann kann ich mich auch darauf einlassen, aber dann blieb es aber auch nicht so. Das war dann so die einzige Szene in der Art. Das fand ich dann auch irgendwie so blöd. Und dann kam aber wieder knallharte Action, wo alle zigtausend, also John Woo-mäßig schon fast zigtausend Bullets schlucken und Blut spritzt und die schleppen sich irgendwo noch hin und so. War wieder was ganz anderes. Und das dann gepaart mit diesen platten Dialogen, der Supercop, der sich heimlich mit seiner Chefin unter einer Brücke trifft und dann halt sagt, ich will aber und ich zieh dich ab. Nein, zieh mich nicht jetzt ab und so. Das hat es, ach, nee, nee. Ja, ja, also da hat es leider gemangelt. Also wenn die mal paar gute Screenwriter noch dazu holen, dann gepaart mit der schönen Action, dann könnte es vielleicht was werden. Ich bin mal gespannt, ob die zweite Staffel es besser macht. Ja, schauen wir mal. Ich bin raus. Okay, dann hat es mich trotzdem gefreut. Ich kann dir dann erzählen, ob die zweite was taugt, wenn sie mal da ist. Vielleicht schaltest du dich ja dann nochmal wieder ein. Genau, warten wir das mal ab. Bis dahin gibt es noch allerhand zu gucken und jede Menge Sachen, die wir hier auch besprechen werden. Genau, es soll dir nicht mangeln an zu glotzenden Sachen. Richtig. Alles klar, dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Vielen Dank, lieber Mo, fürs Besprechen mit mir. Gerne, gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Macht's gut. Ahoi. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Filmkritik hier beim Tele-Stammtisch. Am Mikrofon ist der Peter. Ich bin heute nicht alleine, denn wir machen heute ein Triple. Mit dabei sind unter anderem die Anna. Hallo. Und die Joschi. Hallo. Und wir besprechen heute ein kleines deutsches Drama, das jetzt eigentlich am 7.5. in die Kinos kommt. Wie ihr alle wisst, sind die Kinos alle dicht, aber wir dürfen den ja Pressescreener anschauen und ich würde jetzt mal sagen, die Anna darf mal kurz die Einleitung machen, also zum Film und die Details und die filmische Handlung. Ich kann das machen. Achso, entschuldige. Kein Ding, wir haben das bisher kurz uneins, aber es ist ja gar nicht so viel, wenn man bei dem Film ist recht überschaubar. Genau, also der Film selbst geht um fünf Berliner, die den 30. Geburtstag von einem unter ihnen feiern und befasst sich mit 24 Stunden in dem Leben, mit dieser Geburtstagsfeier. Von dem einen Tag morgens bis zum nächsten Morgen quasi. Und das ist eigentlich schon alles. Genau, jetzt vielleicht noch die kurzen Eckdaten zum Film. Genau, die Eckdaten. Wir haben Regie für Simona Kostova, das ist auch ihr erster Film. Die hat auch das Drehbuch geschrieben und die Darsteller, die wir da finden, die heißen auch genauso wie ihre Rollen. Also wir haben Öwünsch, den Nachnamen, ich versuche ihn mal, Güvenischik, Pascal Hudus spielt Pascal, Raha Emani Kanzari spielt Raha, Kara Schröder spielt Kara, Henna Borchers spielt Henna und Anja Langer spielt Anja. Ja, der Film wurde glaube ich 2018 gedreht oder 2019, also läuft jetzt erst 2020 an und ist nicht ganz zwei Stunden lang, aber 1,54 oder so. Genau, das soweit das Wichtigste. Jetzt erstmal die Frage an euch, also ganz grob jetzt erstmal, wie hat euch der Film an sich gefallen? Er war so lange. Tut mir leid, dass ich das jetzt einfach sage. Kurz und knapp, Dankeschön, das war das Review. Ehrlich gesagt schon, weil es war halt einfach nur die Kamera drauf gehalten auf Szenen, wie jetzt er zum Beispiel, also was mir aufgefallen ist, in der Früh ist er aufgewacht und ich habe gedacht, ich habe vergessen, auf Play zu drücken, weil er 5 Minuten, ist nichts passiert. Weil ich habe gedacht, ist jetzt hängen geblieben oder geht das jetzt weiter oder was ist passiert? Ich habe wirklich gedacht, ich hätte vergessen, auf Play zu drücken, aber. Während der Endmontage, der Anfangsmontage, da kann man wirklich noch irgendwas anderes nebenher machen. Ich habe mir währenddessen mein Abendessen gemacht und habe dann einfach abgewartet, bis dann mal endlich mal ein Dialog zustande kommt. Ja, das brauchte ich dir. Das war auch schwierig. Genau, wir haben die Figur, das ist der Ölwünsch, das habe ich auch später dann erst erkannt, dass der das ist, das Geburtstagskind also, der in seinem Bett schläft und man sieht nur, dass was passiert, weil ganz langsam die Sonne aufgeht. Also es wird ja wirklich langsam heller. Die Szene selbst ist irgendwie zehn Minuten lang und irgendwann klingelt sein Handy. Da war ich auch total verwirrt, weil ich gedacht habe, mein Handy, also es war nur der Vibrationsallar, so hä, mein Handy, vibriert das irgendwo, wie man es halt kennt. Und dann hört man ihn mit dem Pascal sprechen und was für den Film auch typisch ist, hatte ich den Eindruck, also man hört nicht, was Pascal sagt, sondern nur was Ölwünsch antwortet und man soll, glaube ich, auch nicht verstehen können. Aber ich habe ihn auch in der ersten Szene nicht verstanden, was er gesagt hat. Er hat krass genuschelt. Das fand ich auch mega krass, weil also die Aussprache von Ölwünsch, also am Anfang, gut, wir kennen das vielleicht alle, wenn wir morgens aufwachen, dann sind wir nicht auf der geistigen Höhe wie sonst. Aber ich muss halt sagen, ich habe da kaum ein Wortfetzen überhaupt verstanden an dem Anfangsdialog. Ja, genau. Und was macht man dann? Man dreht den Film lauter und versucht auch, den anderen zu verstehen und dann ist es bestimmt euch auch passiert, dann fängt Ölwünsch plötzlich an zu saugen und der Sound ist plötzlich so laut, weil man gerade laut gedreht hat, um das leise zu verstehen und das war so, oh, okay, schnell wieder leise machen. Ja, schon, aber ein Film ist doch dazu gemacht, dass man die Probanden versteht. Richtig, ja. Und nicht, dass der Staubsauger dann irgendwie ein bisschen den Spaß gleich in den ersten 20 Minuten verdirbt. Ja, es waren die ersten 20 Minuten, wo er aufgewacht hat und dann Staub gesaugt hat. Das fand ich dann auch so ein bisschen, ich muss doch ganz ehrlich sagen, ich musste mir den Film in zwei Etappen anschauen. Eine Stunde am einen Tag, die zweite Stunde am nächsten Tag. Gut, kann man machen. Ja, er war so lange. Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, die Anfangsmontage, die hat mir schon mal nicht wirklich den Schub gegeben, den Film zu mögen. Also, da kam schon das erste Warnzeichen für mich, ist da groß aufgeleuchtet nach der ersten Viertelstunde. Ja, also, ich fand es tatsächlich ganz interessant, weil es halt so lange Szenen sind, die halt dieses lebensnahe zeigen sollen und auch vielleicht dieses Nuscheln, man soll sie vielleicht gar nicht verstehen, sondern einfach nur sehen, da ist ein Typ, der pennt halt gerade, wie jeder von uns, wacht auf, labert irgendwas, saugt seine Wohnung, genau, und dann kommt der Titel, der Titel 30 und die nächste Szene war es bei mir dann eher blöd, weil wir haben ja die Pascal und Raha, die sich unterhalten, er redet sich um Kopf und Kragen in ihrer neuen Wohnung und die beiden sind offensichtlich gerade getrennt und das ist eine sehr unangenehme Atmosphäre, was eigentlich ganz gut drüber gebracht ist, aber ich habe einfach nicht verstanden, er sagt dann irgendwann, warum haben wir uns eigentlich getrennt, das ist jetzt auch kein Spoiler, das passiert ja in den ersten 20 Minuten, und dann sagt sie, du hast dich von mir getrennt und das sind halt, das war mir halt so unsympathisch, obwohl es auf der anderen Seite halt einfach so Situationen gibt es halt im Leben, man baut halt einfach Scheiße und ich glaube, das sollte dieser Film im Ganzen auch zeigen, dieses lebensnahe und dass man sich einfach oft auch mal Scheiße aus dem Nichtsweg gibt oder so, großes Nichts. Ja, aber diese Szene hat mich total genervt, weil es waren eigentlich zwei Szenen, dass sie stand einfach nur da, hat komplett alles ignoriert und hat eine geraucht und er hat halt dann die ganze Zeit rumgeredet und so weiter und es kam keine Reaktion, keine Reaktion von ihr und es hat mich richtig aggressiv gemacht, weil so, weiß auch nicht. Wäre auch meine nächste Frage jetzt gewesen, ist es euch nämlich auch aufgefallen, dass man bei manchen Dialogen halt wirklich nur sieht, dass einer lange Monologe führt und die anderen wirklich im Hintergrund nur mhm, 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 oder ja, oder halt eine rauchen und das war's. Ja. Kinder, ja, und dass man ganz oft denkt, hä, seid ihr jetzt befreundet oder nicht? Wollt ihr eigentlich Zeit miteinander verbringen oder nicht? Ja, das war die ganz große Frage im Film. Meine große Frage, will ich den Film Zeit verbringen? Entschuldigung, aber es war echt. Und ja, die alte, welche Szene ich auch ganz grässlich fand, da ist eigentlich die eine ausgetickt und hat dann die andere angeschrien, hey, jetzt schau mich endlich an und du blöde Kuh und keine Ahnung, ist da völlig abgegangen und dann irgendwie zwei Minuten später, oh, was habe ich denn da jetzt eigentlich gesagt? Ich bin ja eigentlich betrunken, ist doch mir so leid. Und dann hat sie da Rotz und Wasser geheult und da habe ich mir auch gedacht, oh man. Ja, man muss ja zu der Szene noch dazu sagen, das war ja mitten in so einer Party-Szene, also sprich, da waren halt alle wahrscheinlich schon ein bisschen gut beieinander, gut in Fahrt und wie man das halt so kennt, da werden halt, bei der Party gibt es halt die Leute, die sind zum Beispiel ein bisschen depressiver, andere sind ausgelassen und andere regnen sich über irgendeinen Schwachsinn auf. Ja, genau und auf der Party wird ja auch gesagt, ich glaube nicht, dass Krebs die Menschheit umbringt, sondern die Einsamkeit. Also es ist einfach ein ganz großes, soll ein richtig trauriger Film einfach sein, in der diese Leere, diese Einsamkeit, obwohl man unter Menschen ist und dieses Nichts einfach, glaube ich, darstellen soll. Aber würdet ihr jetzt zum Beispiel sagen, dass der Film eigentlich relativ gut den Alltag von jemandem einfängt, der sich jetzt vielleicht auf die, weil ich denke mal, das ist die Kernaussage von diesem Film, dass es ja hauptsächlich um Leute geht, die sich auf die 30er zubewegen und vielleicht nicht so ganz wissen, was sie jetzt noch vom Leben herausholen wollen. Also beschreibt es den Alltag relativ gut oder ist es dann eher so, hm, geht so? Ich glaube, das beschreibt den Alltag relativ gut von einer bestimmten Art von Menschen, die sich auch wahrscheinlich den Film angucken würden. Also mein Alltag beschreibt er überhaupt nicht, weil ich habe auch nicht so einen Freundeskreis, ganz ehrlich. Und gut, man muss vielleicht dazu auch sagen, es ist ein Studentenprojekt und es ist ihr erster Film. Und ich weiß nicht, vielleicht hat es ja einfach ganz viele verschiedene Sätze aus ihrem Leben gegriffen und die aneinandergereiht und dann daraus ein Drehbuch kreiert. Ich weiß nicht, wie das da zustande gekommen, aber ich fand es halt einfach vom vorn bis hinten den falschen Ansatz. Apropos Freundeskreis, mir kam das Ganze auch nicht so wirklich geschlossen rüber. Also das war irgendwie so ein zusammengewürfelter Haufen. Ja, aber der sich auch nicht so wirklich lange gern hat und wenn er sich, also die sich nicht so lange kennen, aber wenn sie sich lange kennen, dann mögen sie sich nicht wirklich. Also wenn ich solche Freunde hätte und so diese Beziehung untereinander, dann würde ich mir einen anderen Freundeskreis suchen. Ja, aber da habe ich mir überlegt, gibt es nicht Menschen, die, also ich höre jetzt daraus, dass wir alle drei eigentlich da ähnlich drauf sind, aber gibt es nicht Menschen, die einfach in so einen Freundeskreis rutschen und dann nicht mehr rauskommen? Also es gibt bestimmt solche Klicken. Ja, natürlich. Und die sollen halt dargestellt werden. Also Leute, die einfach so Freunde haben, ja in Anführungsstrichen halt Freunde, genau. Und man sieht ja auch ein paar, also wie Cara und die Raha sich dann gegenseitig über ihre Doppelkinde lustig machen. Das ist ja schon irgendwie auch. Ja gut, das war aber auch echt die netteste Szene. Genau, immerhin eine nette Szene. Ja, da war echt eine schöne freundschaftliche Szene, die hat mir auch ganz gut gefallen. Genau, das heißt, wir wissen jetzt nicht, sind die vielleicht alle so scheiße drauf, weil sie sich alle gleichzeitig Gedanken drüber machen, wie es ist, 30 zu werden, weil sie alle an einem blöden Punkt in ihrem Leben sind. Oder gibt es tatsächlich Menschen, die in solchen Konstellationen sitzen, total unsicher, total Angst haben. Vorm Alleine-Sein. Vorm Alleine-Sein, genau. Oder wie Öhrwünsch, die sagen, die sind nicht fähig, irgendwas zu fühlen, was ja eigentlich das Krasseste ist. Also das ist ja auch eine Depression, dass du nicht mal, du fühlst dich nicht schlecht, sondern du fühlst einfach gar nichts. Ja, das schon, aber das habe ich nicht abgekauft. Ah, er wirkte wütend, meinst du? Nein, also ich meine, er hat die auch angebaggert und hat sich gefreut dann über die Telefonnummer und hat sie dann auch gefreut, dass sie mitkommt zu diesem Ding, also die mit dem Zopf, die dann immer so rumgehüpft ist. Die Anja. Ja, und dann sagt er sowas und dann, ja, wenn du gar nichts fühlst oder irgendwie so, warum hast du ihn dann eingeladen? Also, das war dann auch so. Und er sagt es aber zu der anderen Frau, vielleicht ist es einfach seine Ausrede gewesen. Ach so. Ach so, zu der Blonde. Er sagt zu der, ich glaube, ist es nicht die Cara, die das sagt zu ihm? Oder kann es sein, dass ich es verwechselt habe? Doch, das ist die Cara, glaube ich. Das ist die Cara. Ja, irgendwann. Alles sehr verworren, auch teilweise. Auch im Mittelteil, als die eine quasi mehr oder weniger ihre Gefühle zu Wünsch, Wünsch gesteht. Er ist ja eigentlich der Kernpunkt der Geschichte, weil er hat an diesem Tag, wo jetzt die filmische Handlung abspielt, hat er Geburtstag. Zum einen muss ich auch noch sagen, das war ein bisschen so die armseligste Geburtstagsparty, wo ich ihn im Film überhaupt gesehen habe. Gottes Geschenk, oh Gott, ja. Ach so, du meinst diesen Fernseher? Nee, das kam ja erst später. Erst mal, ich rede jetzt hier von der Geburtstagsfamilie, der Feier noch in seiner Wohnung. Und da bekommt er dieses ominöse Geschenk, wo er in einer riesigen Packung ist und dann mehr oder weniger nur eine Art Metapher für ihn darstellt. Ja, wie gesagt, also das ist nicht mein Freundeskreis. Ja, es ist schon ein bisschen eigenartig, aber gut, muss man halt dann auch so hinnehmen. Also ich fand es einerseits auch ein bisschen witzig, aber andererseits würde ich mir, wenn ich das Geburtstagskind wäre, auch ein bisschen verarscht vorkommen, ehrlich gesagt. Ja, er wird ja auch wütend. Ja, er wird ja. Genau, das, ja. Ich habe auch, als Pascal zur Arbeit fährt und ihn dieser Franzose angequatscht, da sind keine Übersetzungen, oder? Man soll einfach fünf Minuten lang diesen französischen Dialog ohne, also ich habe es halbwegs verstanden, weil ich auch neun Jahre Französisch hatte, aber mir ist schlecht oder so. Ich habe es nicht verstanden. Was haben die denn so gesagt? Also ja, ich habe, Entschuldigung. Alles gut. Die haben drüber gesprochen, also sie kennen sich, er kennt seine Mutter und sie rufen ja dann auch seine Mutter an, weil die sich auch freuen würde, mal wieder von ihm zu hören. Aber irgendwann kippt es ja so bei ihm, dass er ist ja erst mal angepisst, weil er ja auch gerade mit der Raha einen in Anführungsstrichen Dialog geführt hat. Und dann hat er plötzlich doch Lust, mit ihm ganz viel zu machen und wird so aufdringlich. Und da will der Andrea dann plötzlich wieder weg. Aber da habe ich nicht verstanden, was Pascal dann genau gesagt hat, dass den anderen so abstößt, obwohl der vorher so freundlich war. Also die haben einfach nur über Vergangenheit gequatscht und dass es alte Freunde sind und dass sie ja unbedingt mit der Mutter sprechen muss. Okay. Aber okay, dann, ich weiß nicht, ob da Untertitel drin sein sollen oder ob das eben... Also bei mir war kein Untertitel. Nee, bei mir auch nicht. Ich habe dann nochmal in den Einstellungen gesucht, ob ich irgendwas vergessen habe einzustellen, aber war nichts. Ja, also ich weiß auch nicht, ob das genauso geplant war. Es hat für mich halt ein bisschen komisch gewirkt, aber gut, soll jetzt vielleicht auch den Charakter so ein bisschen zeigen, was der so drauf hat, sage ich mal. Vielleicht hier von all denen im Freundeskreis vielleicht so ein bisschen der Intellektuelle ist. Ja, und der Erfolgreich ist auch mit seinem Job. Ja, oder einfach, man sieht ja auch, ohne dass man es versteht, wie die, dass erst der eine mit dem anderen unbedingt reden will und dass es dann aber irgendwie kippt und der andere sich... Hättet ihr jetzt zum Beispiel irgendwie den, oder hattet ihr den Eindruck, dass sich da in diesem Freundeskreis so eine Art Rangordnung bildet? Also sprich, wir haben ja hier eigentlich sechs Personen, die eine Person kommt ja mehr oder weniger erst später dazu. Aber hattet ihr so das Gefühl, dass da irgendwie so ein Chef darüber steht? Weil irgendwie war das Ganze, also die ganze Szenerie beziehungsweise der ganze Tagesablauf so komplett unstrukturiert. Also es gab keine Rangordnung, aber unter den Mädels gab es eine krasse Hackordnung und das hat mich auch ein bisschen genervt. Also dass sie halt immer so unterschwellig gegeneinander gehackt haben, das fand ich ein bisschen anstrengend. Die Raha und die Cara? Ja, die halt zu der Neuen. Achso, ja, die war ja neu, genau. Ja, genau. Die kannten die ja gar nicht. Und ich finde es eh immer schon so unangenehm, wenn ich in eine neue Gruppe komme und da mich erst einmal so am Rand setzen muss und keiner kommt auf mich zu. Das hatte ja jeder schon mal. Ja, richtig. Dieses Gefühl, man kommt in eine neue Gruppe rein, in einen neuen Freundeskreis und erst einmal interessiert sich keiner einen Scheißdreck für dich und dann redet auch keiner mit dir und das finde ich halt einfach noch unangenehmer. Und so war das eigentlich. Aber das hat sich halt bei dem ganzen Film so durchgezogen, die war immer so ein bisschen außen, bis halt dann die eine ausflippt und dann ihr auf einmal in den Arm legt. Und das fand ich halt einfach so, mein Gott, was ist denn eigentlich euer Problem? Also die haben sich die Probleme mehr oder weniger auch selber gemacht, ja. Das ist ja auch eigentlich, ich sage jetzt mal, die Probleme, was die Personen jetzt untereinander haben, ich denke, die kennen wir alle irgendwie. Also das haben wir alle, denke ich mal, schon erlebt, auch bei Partys, weil bei Partys sind wir alle ja auch ein bisschen anders und vor allem, wenn wir halt dann gewisse Substanzen zu uns nehmen, dass wir dann halt wahrscheinlich die ein oder andere Rede vielleicht missverstehen oder halt auch sauer aufeinander sind. Hattet ihr jetzt so den Eindruck, ich hatte jetzt den Eindruck, dass, ich sage mal, die Dialoge zwischen den einzelnen Personen euch auch ein bisschen inspiriert haben oder zumindest auch eine Anleitung gegeben haben, wie man es vielleicht ein Problem lösen kann, also Konfliktlösung? Nein, überhaupt gar nicht. Der soll doch einfach nur die Probleme zeigen, also ich dachte einfach nur, das ist ein großer Haufen Angst, Einsamkeit und Depression und das zeigt er einfach uns, kein Lösungsansatz, das ist einfach... Das fand ich jetzt aber schade, weil ich finde halt ein Drama an sich, das bespricht ja normalerweise auch immer ein Problem, sei es jetzt eine Liebesromanze oder sei es halt irgendwas im Freundeskreis oder etwas ganz Außergewöhnliches passiert, aber dann muss es mir auch irgendwie einen Ansatz bieten, ich sage mal einen Lösungsansatz, weil ein Problem entsteht und es muss ja gelöst werden und auch bei dem Drama soll das ja eigentlich das mehr oder weniger suggerieren, aber hier wird es halt einfach strikt nur dieser Alltag geschildert, was ich schade finde und ich meine, irgendwo hat er ja seine Linie, der Film, aber so ein bisschen mehr Input hätte ich mir dann schon gewünscht. Es war halt... Entschuldige. Ich wollte sagen, es war wie eine Doku, also die zeigt halt einen Missstand auf, ohne Lösung. Also für mich war das eigentlich... Also so ein Film hat für mich einen Höhepunkt und hat halt einfach so einen Spannungsaufbau und hat halt einfach gute Beziehungen miteinander und auch mit Beziehungen, wo ich auch emotional mitkomme. Aber bei dem Film, der hatte so eine gleichbleibende Linie. War ein paar Höhepunkte, da wo sie halt die Kremassen geschnitten haben und dann wieder einen kleinen Peak, da wo sie die andere beleidigt hat und dann irgendwann mal ist Tag geworden und dann haben sie gegessen und dann war der Film aus. Das ist... Und der Film... Aber sie lachen am Ende. Ja. Es war ja schon ein bisschen so Erleichterung immerhin. Ja, aber vorher waren alle noch... Wir haben ja viele Einstellungen, wo direkt auf die jeweilige Person, also ganz nah, auch teilweise mit richtig krassen Zooms auf die zusammen geht und am Ende hatte ich halt so das Gefühl, kurz bevor die alle lachen, wie er schon sagt, das hat ja mehr so eine Art Happy End. Aber davor schaue ich wirklich in jedes einzelne Gesicht und sehe wirklich nur leere Blicke ohne Ende und ich hatte da wirklich auch einen leeren Blick am Ende vom Film. Und wir... Genau, wir müssen ja auch noch mal kurz sagen, was wir haben es ja schon angedeutet indirekt eigentlich, dass der Film ganz viele, ganz lange Einstellungen hat. Also wir haben die Kamera draufgerichtet ohne Schnitte, richtig lang, zehn Minuten, Viertelstunde lang, wirklich eine Fahrt durch den Club oder so mit diesen Nahaufnahmen und richtig lange Szenen von Dialogen, die in der Form von lauten Geräuschen... Genau, auch laute Musik, dieser Staubsauger, dann dieser Mixer mitten im Gespräch, also der Film besteht aus ganz, ganz vielen, ganz langen, aneinandergereihten Szenen und das muss man auch, da muss man auch erst mal mit, sich drauf einladen sozusagen. Ja, richtig. Aber sehr lebensnah dadurch. Ja, schon, aber was mich ein bisschen nervt an dem Film ist, dass diejenige, die den Film produziert hat, davon ausgeht, das ist ein Film, der ist künstlerisch hochwertig und wenn du ihn nicht gut findest, dann hast du keine Ahnung von Kunst. Wie immer bei Kunst. Ja, ja, klar, also wenn du nicht verstehst oder so weiter, dann hast du, dann bist du eh unten durch, dann bist du ein Bauer und das ist halt einfach auch so was, was mich ein bisschen an dem Film aufgeregt hat. Jetzt ist der... Du hast das Gefühl gehabt, dass der Film dich quasi anspricht, sagt, ich mag den Film nicht, aber wenn ich sage, ich mag ihn nicht, dann finden mich wieder alle blöd. Genau, so in der Richtung. Ich hab den Film so beschuldigt gefühlt. Nein, aber ich hab halt einfach so das Gefühl, wenn du sagst, dass du den Kacke findest, weil der einfach zu lange ist und die Szene zu lange ist und dann, boah, du Banause, du kennst dich ja gar nicht aus, du bist kein Chineast. Der Künstler, der kennt sein Werk besser als jeder Kritiker. Ja, genau. Genau, deswegen finde ich es bei sowas auch total schwierig, dass ich immer gern zwei Bewertungen abgeben würde. Einmal, wie er mir persönlich gefallen hat und wie ich den Film als Kunstwerk oder als Darstellungsmedium fand. Ich würde sagen, zur Wertung kommen wir gleich. Ich hab noch eine abschließende Frage. Also sprich, habt ihr aus diesem Drama jetzt irgendeine Art von Mehrwert rausnehmen können? Also für euch vielleicht. Menschlich? Also menschlich, ja. Also ich fand die, wenn man es künstlerisch angeht, diese langen Szenen ganz interessant, genau. Aber wie du auch sagst, also ich hab halt keine Sympathie für einen der Charaktere empfinden können und hab halt versucht, mich davon zu distanzieren und es einfach als Dokumentation von diesen Menschen, die es wohl auch geben wird, in diesen Emotionssituationen zu beobachten, ob mir der Film dann gefallen hat. Ich würde ihn auf jeden Fall nicht empfehlen und das ist ja schon eine eindeutige Aussage. Aber ich fand ihn, wenn man ihn eben so künstlerisch anspricht, hab ich da vielleicht was rausgenommen, dass mir diese langen Szenen eigentlich ganz gut gefallen haben. Ja, also wir greifen eigentlich schon auch so ein bisschen schon ins Fazit, also beziehungsweise in den Bereich ein. Also ich für meine Seite muss halt sagen, ich bin ja wahrscheinlich, also ich würde es mal behaupten, für den Film wahrscheinlich die Zielgruppe, weil ich bin kurz vor der 30 und ich weiß halt nicht, also der Film hat eine ganz klare Linie, der will jetzt halt nichts Außergewöhnliches sein. Er erzählt halt von einem simplen Alltag, das macht er auch relativ gut, wie du schon gesagt hast, der Fokus auf die einzelnen Personen, sprich mit der Kamera, ganz okay, kann man machen. Künstlerisch würde ich da sagen, das ist absoluter Durchschnitt. Ich denke mal, für das Budget, was die hatten, geht es in Ordnung, aber ich habe halt auch immer so das Bedürfnis, dass ein Drama mir schon auch irgendwas anbieten muss, also beziehungsweise auch, wie ich schon gesagt habe, es braucht für mich halt auch so ein bisschen einen Mehrwert, wo ich dann sehe, die Geschichte hat mir gezeigt, dass das und das mir dabei hilft, das und das Problem zu lösen und den Ansatz habe ich halt am Ende nicht gehabt. Ich weiß nicht, wie schaut es bei dir aus? Wer fehlt jetzt noch? Yoshi, glaube ich, oder? Nee. Anna fehlt noch. Ich habe noch zu ihm nicht an. Ich habe weniger Dialekt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat er überhaupt nicht gefallen. Die Szene war so lange und vom künstlerischen Aspekt fand ich ihn auch nicht gut, weil wenn jemand sagt, du kannst ihn halt nur gut finden, also wenn du einfach auch die, also wenn du ihn nicht gut findest, dann hast du keine Ahnung vom Film und das habe ich halt einfach auch gemerkt, dass mir der Film das vermitteln will und deswegen wäre ich mich da einfach auch ein bisschen dagegen und ja, wie gesagt, das ist ganz rundum-Paket. Er war laut, er war lang, die ganze Geschichte hätte man auf fünf Minuten reduzieren können, wenn die gesamten Szenen nicht dabei gewesen wären und ja, er ist so ein bisschen wie ein Meerschweinchen. Er ist da fertig. Hätte er auch irgendwas von einem guten One-Shot-Film gehabt irgendwie. Also, aber gut, es war jetzt nicht... Ja, genau. Wie genau, wenn man es vergleicht mit Viktoria, oder? Der berühmte One-Shot-Deutsche. Der war ja von der Story her auch ziemlich leer. Andi, da passiert schon was. Aber man kann ja auch nicht sagen, nur weil es ein One-Shot ist, ist die Story dann gerechtfertigter oder so. Das ist ja immer dann die Frage. Ja, ich denke bei One-Shot-Filmen, da muss einfach auch das Bild auf dich wirken und das hat halt der Film zum Beispiel jetzt nicht wirklich. Also sprich, wir haben hier jetzt keine großen Bilder, auch von Berlin. Gut, von Berlin, weiß ich nicht, ob das so schön großartig ausschaut, wenn man da Kamera und so weiter herschwenkt. Aber ja, ist jetzt auch nicht das Ziel von dem Film. Also das Ziel von dem Film ist ja, wie gesagt, ein alltäglicher, oder beziehungsweise einen Tag beschreiben im Alltag von sechs auf die 30 zugehenden beziehungsweise ein Wünsch ist 30 und Feiertag quasi mehr oder weniger sein Geburtstag und das war's. Und dass es denen halt allen nicht so gut geht, soll auch auf jeden Fall gezeigt werden. Jeder hat so sein Problem, aber am Ende löst keiner wirklich so sein Problem. Kleines, die zieht das Wäufchen. Ja. Genau, genau. Und dass es eben, genau, zeigt, so geht es uns allen vielleicht. Oder vielen Menschen, keine Ahnung. Der Scherbenhaufen in Berlin. Ja. Okay. Also abschließend, jetzt denke ich mal, haben wir genügend Punkte gesammelt. Jetzt kommen wir natürlich zu den Punkten in der Bewertung. Ich würde sagen, es gibt natürlich wie üblich fünf Sterne oder ich weiß nicht, was wir hier fünf versluderte Kunstgemälde vergeben. Fünf Geschenkpackungen. Oder fünf Geschenkpackungen kann man vergeben. Fünf Krawatten, die ich geschenkt gekriegt habe. Okay. Ich würde mal sagen, Anna, du darfst starten mit deinen Punkten. Einen. Einer? Das erste, also wirklich das erste Mal, dass ich einen Punkt, weil ich konnte keinen Mehrwert rausnehmen. Ich fand ihn einfach nur fade und ja, bin ich halt ein Banause. Ja. Joschi, ich glaube, du wolltest in zwei Kategorien unterteilen, so wie du gesagt hast. Ja, das darf man ja nicht. Das will ich nicht. Da kriege ich immer Ärger. Genau, weil ich bin eigentlich jemand, der jedem Film schon drei Punkte gibt, den ich nicht abgrundtief scheiße finde. Und den Film, ich verstehe genau, was du meinst, Anna. Aber ich habe mich, wie gesagt, einfach abgeschottet dann und den Film so als Doku gesehen und daher würde ich dem auch drei von fünf geben. Aber was ich vorhin schon gesagt habe, ich würde jetzt niemandem sagen, hey, das ist ein Film, den musst du unbedingt gucken oder es ist auch kein Film, den... Ja schon, aber es ist ganz schön krass, dass du gesagt hast, oh, ich muss mich abschotten von diesem Film, aber ich gebe ihm drei Punkte. Ja, weil ich ihn gut gemacht finde. Ich finde, dafür, was er erreichen will, finde ich, das macht er genauso, wie er es gerne möchte, aber mir gefällt, es ist halt nichts, wo ich die Zielgruppe von bin. So sehe ich das dann. Aber was wollte er denn erreichen? Er wollte dieses schreckliche Nichts zeigen, das man empfinden kann. Aha, okay. Und ich fand die Szenen ja, wie gesagt, ganz gut, dieses alltägliche. Aber ja, genau, also das ist, ich gebe ihm drei Punkte, weil er das macht, was ich denke, dass er wollte, aber ich saß auch jetzt nicht vor dem Fernseher und habe gedacht, oh, jetzt muss ich unbedingt wissen, wie es weitergeht und ich muss den Film auch niemals nochmal sehen, aber das ist halt die Abgrenzung, die ich dann da mache. Ja. Aber ja, es ist halt mal so, mal so, kommen sie auch auf die Laune an. Es gibt auch echt nicht viele Filme, denen ich schlecht, denen ich einen Punkt gebe, so wie wie bei dir. Ja, das ist jetzt der erste Film, den ich, ich habe nicht einmal Tiberius-Film nur einen Punkt gegeben. Da war wenigstens noch ein bisschen eine Handlung dabei. Ja, guck, da kann man nämlich auch sagen, die Tiberius-Filme, die übrigens Trash-Filme sind, für die, die keinen von denen kennen, das sind halt völlige Ranz-Filme, aber machen halt das, was sie wollen, sozusagen. Oder sind halt noch unterhaltsam, keine Ahnung. Ja, aber die wollen auch kein Meisterwerk sein. Ja, also ich würde mich nochmal dazwischen klinken, weil ich muss auch noch eine Punkt sein geben. Alles gut, alles gut. Ich würde nämlich mich genau damit der orientieren, nämlich bei zwei sehr wohlwollenden Punkten, wenn ich ehrlich bin. Also wie gesagt, er ist einigermaßen wertig. Ich denke, die Leute, die dahinter stecken, haben jetzt nicht so das Budget à la Elia Sembarek, und sonst irgendwelche deutschen anderen Schauspieler. Aber mir hat halt auch ein bisschen was gefehlt. Also es ist ein Drama, naja. Und wie gesagt, mir hat halt dafür, dass ich auf die 30 zugehe und mich der Film wahrscheinlich ansprechen soll, relativ wenig angesprochen. Deswegen zwei Punkte. Dann haben wir natürlich die aufsteigende Punktzahl zwischen 1, 2, 3. Perfekt. Wunderbar. Jetzt sind wir am Ende von unserem Review. Jetzt könnt ihr natürlich noch gerne auf eigene Projekte eingehen. Das lassen wir euch natürlich noch zum Ende jeder Review. Ich würde auch mal wieder sagen, dass Anna anfangen darf. Ha! Ja, ich habe tatsächlich jetzt gerade meinen neuen Comic auf Englisch gestartet. Witchcraft. Es ist ein kleines Comic, handelt um drei Hexen, die versuchen, einen Brülldrachen zu töten. Und das Ganze gibt es auf Facebook unter witchcraftcomic oder auf der Webseite witchcraftcomic.de. Zusammengeschrieben? Witchcraft-comic.de. Witchcraft-comic.com. Gucke ich. Genau, und da veröffentliche ich jede Woche eine neue Seite. witchcraft-comic.com. Wunderbar. Und jetzt darf uns die Joschi von ihrem Projekt erzählen. Ich mache auch Webcomics, also mehr die Comic-Mädels-Runde und zwar unter schlogger.de oder alles schlogger auf Twitter, Instagram, Facebook. Und da mache ich immer seit zehn Jahren Webcomics. Aktuell so leben mit Kindern unter Corona, Schwangerschaft unter Corona oder einfach so Gehirnfürze, also Ideen, die ich so habe, alltägliche Sachen. Einfach kann man online lesen. Machst du noch Comic-Collabs mit Verlinkungen und so? Ja, die waren immer am 15. Die Comic-Collabs, da habe ich ein Thema vorgegeben und da konnte jeder mitmachen, der wollte. Dann gab es die DSVGO, die Datenschutzverordnung und ich habe auf meinem Blog die Kommentarfunktion ausgeschaltet und dann ist das Ganze ein bisschen eingeschlafen. Also ich poste noch am 15. Aber es ist so wenig, es waren mal 30 Teilnehmer und es sind nur noch zwei. Also es schläft gerade ein bisschen. Ja, ich habe vor Jahren auch mal mitgemacht. Also schon länger her. Okay, also ihr habt gehört, unterstützt die Yoshi ganz lieb und abschließend, also wir haben ja schon vereinbart, wir gehen nach Alphabet, das heißt, Peter ist als Letcher dran, weil mich findet ihr auf meiner Website movieclubgermany.de. Da gibt es natürlich, wie auch beim Tele-Stammtisch, alles rund um Film und Serien beziehungsweise Filmkritiken, Reviews und aktuell ist ja natürlich mit der Kino-Flaute leider einhergehend, dass man aktuell wirklich nur Streaming-Filme besprechen kann. Das ist ein bisschen schade, aber gut, ich habe auch zeitgleich ein bisschen was Neues am Laufen. Also sprich, wenn ihr zum Beispiel ein kleiner Filmkritiker seid, dann würde ich euch gerne auch auf sozialen Netzwerken unterstützen. Da könnt ihr euch dann bei mir melden, weil meine Website wird ein bisschen umgewandelt, also nicht in die gängige Filmkritiker-Blog-Richtung, sondern in die Form eines Filmkritiker-Verzeichnisses und da würde es mich freuen, wenn ihr mich mal anschreibt. Ich würde gerne eure Reviews dann, wie gesagt, unter den jeweiligen Filmen verlinken. Also wie gesagt, wer Lust und Laune hat, der kann sich gerne bei mir melden bei movieclubgermany.de. movieclubgermany.de, alles klar. Richtig, genau. Gut, dann sind wir am Ende von unserer Besprechung. Vielen Dank, Joschi und Anna. Hat Spaß gemacht. Ja, und vielleicht das nächste Mal einen besseren Film besprechen. Das würde mich voll freuen. Genau. Da habe ich irgendwie öfter in den letzten Besprechungen. Richtig, aber man muss sagen, wir hatten ja am Anfang gedacht, wir können vielleicht nur zehn Minuten reden, aber jetzt sind wir schon deutlich über den zehn Minuten. Ja, jetzt haben wir uns 30 Minuten aufgeregt. Das ist ja schön. Okay, wunderbar. Also dann bleibt uns nur zu sagen, habt einen schönen Tag, hört fleißig weiter die Reviews vom Tele-Stammtisch. Da kommen ja, wie ihr wisst, wie gewohnt, sehr viele die Woche raus. Und ich würde sagen, ich wünsche euch einen schönen guten Abend und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Ciao. Hola, hombres und chicas. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Tele-Stammtischs. Heute zu Gast sind Marco, genannt El Schwabo. Hallo. Mo. Jetzt pass auf, was du sagst. Besser bekannt als El Bulldogo. Ah. Hola. Und Sven El Blanco Haro. Hola, amigos. Wir besprechen die Dokumentation Sea of Shadows aus dem Jahre 2019 von Richard Latkanie. Mit einer Laufzeit von 106 Minuten. Startet am 23.07. Mitten in den Kinos. Lief schon 2019 auf dem Sundance Film Festival und hat da auch gewonnen. Okay. Dann. Kokain Kokka, Kartelle und Fisch. Wie passt das zusammen? El Bulldogo erkläre uns das. Ja, ich bin immer noch fasziniert von meinem Nickname, muss ich sagen. Wow. Das passt schon. Also ich weiß gar nicht, ob der Richard heißt, denn der kommt aus Baden. Ja, das ist ein komplett deutsches Team. Also nochmal hier Props out. Wir haben es drauf. Richard Latkanie hat mit seinen, auch die Produzenten sind deutsch, eine packende Doku gemacht und es geht im Grunde darum, dass der Toto-Abar-Fisch die Schwimmblase dieses Fisches, dem wird in Asien heiligende Kräfte zugesprochen und diese Schwimmblase ist mehr wert als Gold bei denen und so sind also chinesische Mafia-Gruppen und mexikanische Drogenkartelle dabei, den Fisch da gnadenlos zu jagen und bringen das gesamte Marineleben damit in Gefahr. Maßgeblich leidet hier drunter der Wakuita, das ist der kleinste Wal der Welt und der steht quasi praktisch vor seiner Ausrottung wegen der gnadenlosen Fischjagd und er ist halt sehr oft Beifang in diesen Gewässern. Die Doku führt uns da hier direkt an die Front. Wir sehen also die Versuche dem Treiber ein Ende zu machen. Wir begleiten Sea Shepherd dabei, Undercover-Ermittler und ein paar Wissenschaftler. Okay. Gut. Dann wäre meine erste Frage. Kanntet ihr diesen Wal und war euch das Problem bekannt? Dann fange ich mal an und zwar kannte ich diesen Wal tatsächlich nicht. Ich beschäftige mich zwar mit Meerestieren und so, alles was in der Nordsee und im Mittelmeer so schwimmt, das hat mich schon immer so interessiert, allgemein auch Dokus über Wal und so, gucke ich sehr gerne, aber speziell diesen Wal kannte ich nicht und dass er auch vor der Ausrottung stand, das wusste ich tatsächlich auch nicht. Von daher fand ich auch diesen Dokumentarfilm, den wir uns jetzt angeschaut haben, sehr interessant. Nicht nur auf der Hinsicht zu dem, wie hieß der nochmal, Motobo? Tutuaba. Tutuaba, genau. Sondern auch wegen diesem kleinen Schweinzwang. Ja, ich kannte das Thema, ich beschäftige mich schon länger mit Sea Shepherd und Tierrechtsaktivismus allgemein, aber auf so eine Art und Weise das Thema hier nahegebracht zu bekommen, das ist nochmal ganz neu. Wirklich, die Dokumentation macht für mich hier an allen Stellen alles richtig. Also ich kannte das Problem nicht, ich kannte den Wal nicht und ich habe nur gedacht, okay, als ich es gelesen habe, dachte ich, krass, Kokain der Meere und ich fand es schon sehr erschreckend, für wie viel Geld da so eine Schwimmblase über den Tisch geht. Also da geht es ja nicht nur um ein bisschen, um ein paar Tausend, sondern es geht ja schon in die Hunderttausende, das ist schon krass. Ja, die Schwimmblase ist in Asien wertvoller als Gold, die wird da höher gehandelt, natürlich schwarz halt eben und dadurch, dass du Schwarzhandel hast, das kannst du nur mit Drogenhandel eben vergleichen, geht es halt so hoch. Vor allem finde ich es halt krass, dass da so ein Mythos beziehungsweise ein altes, eine alte Sage über eine Wertschätzung von dieser Blase, dass die so viel Macht und Kraft hat, dass sie irgendwelche besondere körperliche Stärken oder sowas hervorbringt, so lang sich gehalten hat, dass sie jetzt immer noch gejagt werden, diese Fische. Wobei sie ja sagen, dass das überhaupt keinen medizinischen Aspekt hat. Ist es ja nicht, das ist ja in der asiatischen alten Kultur ist das ja oft eben genau das Problem. Da wird einem Tier, da wird in der Regel ein Teil von dem Tier etwas zugesprochen, was nicht nachzuvollziehen ist. War das in Afrika nicht auch mit diesen Schimpansenhänden? Schimpansenhänden, das gilt ja auch für geriebenes Nashorn, das gilt ja für ganz viele Tiere auch die Panzer von Schildkröten, von alten Landschildkröten sollen irgendwas haben, wenn man sie reibt. Und was bei mir halt immer passiert, nimmt das halt wahnsinnig mit. Ich werde sehr schnell sehr wütend, wenn ich da sehe, was alles zerstört wird, um so einen uralten Aberglauben dann auch zu rechtfertigen. Denn in der asiatischen Welt, da gibt es keine zwei Meinungen. Da ist das so, das gab es schon immer. Unsere Vorfahren haben dies und das damit gemacht. Und wir Menschen scheinen irgendwie nicht zu lernen, dass man nicht einfach ungestraft eine Tierart ausrotten darf. Das sagt ja auch der eine auf diesem Schiff, dieser Junge, wo diese Drohnen immer steuert, dass er das nicht nachvollziehen kann, dass Menschen so blind sind und trotzdem diese Tätigkeiten weitermachen, weil wenn die Märchen sterben, sterbt auch irgendwann der Mensch. Ja, aber ich meine, man muss ja ganz klar sagen, wir sind halt nicht besonders schlau. Wir als Spezies sind dumm, weil alles, was wir machen die letzten 100 Jahre, 200 Jahre ist dazu angetan, dass wir uns selber irgendwann ausrotten. Und ich verweise hier an so einer Stelle immer ganz gerne an Avengers Endgame. Per se hätte Thanos seine Chance ruhig haben dürfen, denn auch in dem Film, wenn man das jetzt mal als krasses Beispiel nimmt, in dem Film haben die Menschen, da ist es ja passiert, schnipp, 50% der Menschen sind weg, ihr habt jetzt die Gelegenheit besser zu werden. Was machen wir? Wir lassen alles verkommen, weil wir nicht schnallen, dass das eine Chance ist. Und hier ist das halt eben übertragen auf das, was wir jeden Tag sehen. Wir wissen, wie Tiere behandelt werden, wie sie gehandelt werden. Wir haben es gerade aktuell in der Krise mitbekommen, dass der Auslöser für eine der schlimmsten Krisen, wenn nicht die schlimmste Krise unserer Neuzeit, auch auf Tiere zurückzuführen ist und den Umgang mit Tieren und wir lernen einfach nicht. Das war schon immer so, wobei ich da eher glaube, dass es nicht das Problem, also per se das Problem ist, dass man sagt, okay gut, wir fischen jetzt alles leer, sondern einfach auch ein Problem von Armut. Die müssen ja irgendwas machen. Gut, ob es jetzt legal oder illegal ist, sei mal dahingestellt, aber natürlich ist es auch nicht prickelnd, aber wenn ich dann höre, was die halt an Geld verdienen und an Geld verdienen können, dann hofft man natürlich als armer, kleiner Barackenbesitzer, dass man vielleicht dann doch mal den großen Fisch an Land zieht. Das finde ich immer so eine zweigeteilte Sache, weil die Mähne ist ja nicht aus spaßende Freude, sondern einfach, weil die sonst nichts zu essen haben. Wie sollen die an Geld kommen, wenn ich mir da mal die Infrastrukturen von irgendwelchen mexikanischen Käfern anguckt, dann wird das schlecht, das wird bei uns niemals, das wird bei uns als absolute Baracke definieren. Ja, das ist so. Das ist schon richtig, ja. Deswegen, also den Leuten dann immer wieder einen schwarzen Peter zuzustellen, ja, ihr seid schuld, ihr seid schuld, ja, aber von was sollen sie leben, ja, da ist nichts. Ja, das stimmt schon. Also das ist natürlich hier, und das zeigt, finde ich, die Doku ja auch ganz gut, du siehst halt wirklich, du bist mit und dieses Team hat es halt geschafft, dramatisch packen, zu inszenieren und du siehst halt diesen Kampf direkt und man merkt aber auch sofort, das ist eigentlich ein übermächtiger Gegner, denn der besteht natürlich aus chinesischer Mafia, Drogenkartell und eben alle die Bauern, die sie da ins Feld schicken, alle diese Bauern, die in diesem Schachspiel eben wichtig sind, die auch gefangen werden und die natürlich einfach nur Mittel zum Zweck sind, du kommst da an die Großen kaum ran und das unterstreicht halt einfach nochmal diese Ungerechtigkeit und diese Wut und was das auslöst, ist für die meisten einfach absolut paradox, die machen sich keine Begrifflichkeit davon, was das heißt, wenn eine Spezies aus dem Meer verschwindet. Ja, vor allem geht es ja auch noch um Korruption, man hat ja das schön in dieser Doku gesehen, dass die ganzen Polizisten oder diese Staffeln von Militär alle käuflich sind, weil es waren ja zum Beispiel eine Szene gab es ja, wo gerade so eine Mannschaft mit ihrem Boot rausgefahren ist und es standen zwei Autos von dem Militär da und hat eigentlich nur zugeguckt, obwohl die hätten dann einschreiten müssen. Ja, das kennen wir aus, diese Bilder kennen wir aus Afrika auch, da gibt es viele Bemühungen, dass die Tiere nicht einfach abgeschossen werden und dann gibt es halt wieder andere, die sagen, nee, ich kriege einen braunen Umschlag und ich gucke jetzt einfach an der richtigen Stelle weg. Das ist ja auch das allmächtige Thema eben, diese Doku wird das Treiben hier nicht beenden, aber sie schafft halt Bewusstsein und ich denke, das ist auch der Ansatz oder so habe ich zumindest die Doku dann wahrgenommen. Für mich ist das Bewusstsein schaffen für eine desaströse Schattenökonomie, wo alles über den Profit geht. Okay, du hast ja vorhin angesprochen, dass du bei so Sachen immer wütend wirst. Jetzt würde ich gerne vom Sven mal wissen, ob wie er es seine Gefühlslage bei der Dokumentation war, weil ich kann von mir sagen, ich war voll mit dabei, ich hatte mitgefiebert, ich war emotional sehr dabei, als sie kleine Mädchenwal hier gefangen hatten und das dann gestorben ist, das ging mir sehr nah und auch über diese ganzen Zustände war ich dann schon sehr aufgebracht, also ich habe schon wirklich gemerkt, dass ich so innerlich gekocht hatte. Sven, wie hattest du das? Bei mir war es zweigeteilt, also wir haben unsere Hunde, also unsere zwei Hunde und unsere zwei Katzen ja auch aus Tierrettungen und finde ich auch gut, was mich so ein bisschen sauer gemacht hat, ist, dass sie gern den Fischern auch so diesen schwarzen Peter zugeschoben haben. Zwischendrin sagen sie dann immer zwar, ja ihr seid nicht schuld und illegal und bla, aber es ist einfach, wenn du siehst, wie diese Leute leben und das Einzige, wo sie wirklich zugreifen können, ist es mehr. dass die natürlich kein Bewusstsein so wie die Europäer oder irgendwas haben, die einfach im Wohlstand leben und sich nicht so, die haben ja auch kein Auffangbecken. Also wenn bei uns einer arbeitslos wird, ob das Geld reicht oder nicht, aber du kriegst, wenn es nur ein bisschen was ist. Aber da gibt es nichts. Da haben wir halt einen ganz anderen Sozialstaat wie die Mexiko. und die denken da nicht, ach Gott, ich verschmutze die Meere, oh Gott, jetzt fische ich das und das leer, sondern da geht es ums Überleben. Da geht es darum, Essen nach Hause zu bringen, Geld nach Hause zu bringen. Und das ist dann schon wieder ein ganz anderer Standpunkt, dass natürlich Sea Shepherd und alle anderen Organisationen da mithelfen und versuchen dieses Bewusstsein auch hervorzurufen. Es ist ja auch da, du siehst ja auch an den spanischen Mitarbeitern, die sie da haben und an der Marine, ob die jetzt korrupt sind oder nett, aber immerhin sind sie dabei und helfen denen wenigstens ein bisschen, dass sie nicht gleich von irgendwelchen Pangas beschossen werden. Aber ja, es ist, also ich war entsetzt, wie weit reichend das mittlerweile ist, aber das ist halt in so einer Globalisierung, weil wir einfach durch die Globalisierung einfach überall vernetzt sind, ist es schon, die Reichweite nach China fand ich schon übel und die Preise auch natürlich. Und man sieht halt auch, wie mächtig die Kartelle sind. Wenn ich mich dran zurück erinnere, als kleine Story, da hier El Chapos Söhne haben ja einen Corona Notstand ausgerufen und haben ja die Straßen abgesperrt. Die machen einfach eine Stadt dicht. Und da hat die Regierung einen Scheiß zu sagen. Und das ist was, wo ich denke, das ist bei uns, also es ist nicht vorstellbar, das kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Drogenkartell hingeht und sagt, Leute, alles klar, wenn ihr nach 22 Uhr draußen auf der Straße seid, außer ihr geht arbeiten, wenn ihr einfach zum Vergnügen rumlauft, nehmen wir euch übrigens mit und prügeln euch zwei Tage lang die Scheiße aus dem Kopf. Es ist natürlich, deswegen sage ich auch, diese Doku soll ja maßgeblich Bewusstsein schaffen für das Thema, das Meer ist vielen Leuten ja nah, die Leute stehen auf, die finden auch Wale toll und Delfine, da gibt es ja anfangs auch so eine Szene, oder nicht anfangs, aber manche Szenen muten ja so ein bisschen an, wie jetzt könnte der Werbefilm anfangen, blaues Meer, Delfine, die hüpfen und dann schöne Aufnahmen. Aber das soll halt eben nicht trügen, denn wir gucken ganz bald unter Wasser und damit dann halt auch ganz bald unter die Kulissen, hinter die Kulissen und sehen halt das ganze Schreckliche. Um zurückzukommen auf den Film, das Schreckliche hält sich in Grenzen, ich bin da wie du, Marco, mich hat das richtig mitgenommen, ich kann das nicht besonders gut verarbeiten, wenn Tiere in irgendeiner Form gequält werden oder man sieht dabei zu, wie sie sterben. Ja, da muss ich kurz, ich habe ja demnächst noch eine Besprechung und zwar geht zum Cody, wie ein Hund die Welt verändert oder unsere Welt verändert, da geht es im Prinzip das gleiche nur mit Hunden und aber die Besprechung folgt noch, aber da konnte ich auch, da habe ich Gänsehaut in manchen Szenen bekommen und so ging es mir bei diesem Film jetzt hier auch, es gab Szenen, da saß ich dann, habe mitgefiebert, dann gab es Szenen, wo ich gedacht habe, Alter, nee, wie kann man nur so blöd sein und habe Gänsehaut bekommen und dann in dieser Szene zum Beispiel, wo dieses Schweinswall, wie ich vorhin schon gesagt habe, gefangen worden ist, um in diese Auffangbecken wieder so ein bisschen und dann stirbt das Kleine und da habe ich echt mitgefühlt, also. Genau und das macht der Film halt eben und das ist glaube ich für eine ganz, ganz breite Spanne von Leuten eben gut und interessant. Die ersten zweieinhalb Minuten sind ja Action pur, wir sind hier live auf einem Schiff, wir sehen schon in den ersten zwei Minuten ja in diesen Nachtkamera-Bildern, dass sie da quasi jetzt illegale Fische aufbringen und dann, ab da hast du ja eine Verfolgungsjagd wie bei James Bond oder sowas, das heißt, du bist sofort drinnen, dann kommt eine gute Einleitung, die dich abholt, dass du weißt, worum es geht, warum ist das ein Problem und ab da ist wirklich der gesamte Aufbau dieser Doku für mich so gut durchchoreografiert, dass ich einfach auch genau wie du die ganze Zeit dran war und Gänsehaut hatte. Jetzt ist natürlich an der einen oder anderen Stelle ist die Musik ein bisschen sehr kitschig, ein bisschen überfrachtet oder sowas, aber wir dürfen nicht vergessen, der Hauptmarkt hier sind eben die Vereinigten Staaten, die haben die Möglichkeiten noch mehr zu tun, deutlich mehr als wir Europäer da machen können und das ist eine amerikanische Art, eine Doku zu drehen und das haben sie Bombe gemacht, alle Mann und wenn man so sieht, dass die Gewohnheit, dass wir uns als Menschen eben herausnehmen, alles zu nehmen, was wir haben wollen und dann einfach andere Leute halt eben dagegen nichts tun können oder sich so übermächtigt eben fühlen, dieses Gefühl lässt sich ja die ganze Zeit bei dieser Doku auch nicht los. Du fieberst eben mit den Guten mit und so soll das auch sein. Mit dieser, mit dieser, mit diesem Gefühl musst du aus dieser Doku rausgehen und wenn du dann denkst, ich will was machen, dann hat der Film genau erreicht, was er will. Denn nur, dass ganz viele darüber nachdenken und die Lust haben, da was zu tun, wird vielleicht was ändern am Ende. Ja, und ich finde auch, diese eine Stunde 49, wie er geht, die gehen eigentlich die ganze Zeit am Mitfiebern ist und so. Was ich auch ganz schön Detail finde, das ist das Poster und zwar sind die Initialen SOS. Der Name, der Film heißt ja Sea of Shadows und der Titel ist so untereinander geschrieben, dass es durch diese Anfangsbuchstaben SOS gibt. Das fand ich so ein kleines, schönes Detail. Ja, also das Gesamte, auch die Farbgebung, selbst die eben, wie ich eingangs gesagt habe, diese Szenen durch die Nachtkameras oder sowas, die sind, die sind so scharf gedreht, wie man sich das nur vorstellen kann. Du hast an keiner Stelle ein Problem mit dem Pacing, du hast an keiner Stelle ein Problem mit irgendwie Discoloration oder sowas, das passt alles super zusammen. Für mich ist das ganz, ganz homogen und bringt dadurch dieses Thema, was bei mir Wut auslöst, bei dem anderen Trauer, bei dem nächsten vielleicht das ein bisschen gleichgültiger lässt, das kann man ja immer schwer beurteilen. Aber ich, ganz ehrlich, wenn dich das nicht packt, dann, dann, ja, also ich will dann nichts mit dir zu tun haben. Was ich halt noch dramatisch fand, sind diese ganzen toten Tiere, wo während der Fangsession von diesen Fängern, also von diesen Drogen, ich sag mal Drogenhändler, das fand ich sehr dramatisch, da gehen ja Schildkröten drauf, Mantas und weiß ich was alles und das fand ich sehr, weil wir hatten ja im Vorgespräch das Thema, weil du es nicht sehen kannst, wenn Tiere vor der Kamera geschlachtet werden oder getötet werden, was ja in dem Film jetzt, Gott sei Dank, nicht vorkommt. Aber diese ganzen toten Tiere, wo man es sieht, das fand ich halt erschreckend. Und die werden einfach, das ist Beifang, das wird einfach abgetan. Und wir müssen uns, es sind Delfine dabei, da sind große Schildkröten dabei. Und man muss mal ganz klar sagen, wir haben so eine Doku, in der Beifang Tiere sind, bei denen uns allen das Herz aufgeht, wo wir sagen, das kann noch nicht ernst sein, aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass schon bei der Standardfischerei der Beifang ein Riesenproblem ist. Und deswegen sage ich ja, das soll auch gar nicht mit dem großen Wimpel von ich bin jetzt hier was Besseres kommen und ich denke auch nicht, dass der Richard Latkani da das so vorhatte, sondern einfach, der zeigt dir das und im Idealfall nimmst du eben was mit. Ja. Was es für mich auch schwer macht, wenn ich das kurz vorwegnehmen darf jetzt hier, also für mich gibt es für eine Bewertung eigentlich kaum eine Basis, weil in meiner Welt gibt es hier keine zwei Meinungen zur Notwendigkeit von dieser Doku und für das, was sie tun soll, ist sie grandios, die macht alles richtig. So sehe ich das. Ja, ich bin da tatsächlich bei dir, weil ich habe zwar Letterboxd und da verteile ich auch immer Punkte und ich habe der Doku jetzt, sage ich mal, viereinhalb Sterne gegeben, weil ich es halt sehr imposant und aufregend finde, aber im Prinzip hast du recht, eigentlich kann man sowas, das ist eigentlich ein Lehrfilm, der uns das beibringen soll, dass wir da helfen sollen, kann man eigentlich keine Punkte vergeben. Also ich vergeb Punkte. Ja, ich sage ja auch, ich habe viereinhalb Punkte zwar gegeben, aber im Prinzip kann man das nicht. Nee, also ich vergeb vier Punkte. Ich meine, da stecken, da steckt National Geographic mit drin, da steckt Leonardo DiCaprio mit drin als Exklusivproducer, die haben schon Geld, um sowas richtig gut darzustellen und das haben sie auch gemacht und ich finde auch, die Message ist wirklich so dieses Bewusstseinsschaffen, um zu sagen, hey Leute, guckt hierher, da stirbt gerade was aus und wir sind schuld. Wobei wir immer schuld sind, wahrscheinlich. Naja. Das Problem der Welt sind wir. Ja. Ja. Ich, weil wir ja in diesem Punkteschema sind, ich gebe halt hier fünf von fünf Punkten, weil für mich das ist ein Gehnerer und das Gehnerer Dokumentation habe ich lange nicht mehr so gut gesehen wie hier. Er muss ja keinen Punkt vergeben, also wenn du sagst hier, für mich ist es ein Aufklärungsfilm, Ende, ist das Punkte genug, würde ich sagen. Gut, dann kommen wir zum Schluss. Wer möchte noch etwas sagen? Naja, ich würde sagen, wir haben ja erfahren, dass der Mo da sehr tätig ist. Wir würden das Wort dem Mo übergeben. In diesem Fall. Das ist lieb. Sehr tätig kann ich angesichts dieser Dokumentation nicht sagen. Was ich sagen kann, ist, wir sind im Weißt, was ich meine. Wir sind im Tierrechtsaktivismus ein bisschen aktiv und viele Leute meinen immer, das nimmt viel Zeit oder es kostet viel Geld und natürlich braucht eine Organisation wie Sea Shepherd Geld und braucht Spenden. Es gibt aber auch neuerdings oder seit geraumer Zeit auch schon die einfache Art, dass man über Amazon Smile seine Bestellungen platziert und bei jeder Bestellung generiert ihr automatisch Cent-Beträge, die dann einer Stiftung, einer Organisation zugutekommen. Das heißt, es kostet euch nicht mehr. Es kostet gar nichts euch und ihr tut automatisch was Gutes. Deswegen kann ich nur darum bitten, guckt euch die Seite von Sea Shepherd an. Die haben auch einen tollen Shop. Die haben tolle Klamotten. Die sind super aktiv. Die Arbeit, die da reingeht, ist wirklich jeden Cent wert und jeden Cent, den man entbehren kann oder eben durch diese simple Geschichte mit Amazon Smile kann man schon ganz, ganz viel machen und ich würde, also ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn einfach der ein oder andere sich das mal anguckt. Genau, denn jeder Cent hilft. Wunderbar. Sam, willst du noch irgendwas zum Abschluss? Nein, ich bin eigentlich alles, also ich habe alles ausgeschöpft. Das, was ich sagen wollte, habe ich gesagt und so ist es gut. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum Schluss und gracias für die Zuhörer und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Kompadros. Ciao, ciao. Ciao. Applaus